Musik Wir sind hier in Savolina, einen der Parkplätze zwischen der Burg und dem Hafen. Perfekt! Musik Und wegen ihr sind wir eigentlich hier. Die ursprünglich von den Schweden im Jahr 1490 erbaute Burg, Olivlina. Das mächtige Gemäuhe kann besichtigt werden. Als wir aber die lange Warteschlange sehen, verzichten wir. Stattdessen gönnen wir uns eine einstündige Schifffahrt mit der Jeva. Musik Vorbei an der Burg, jetzt aus einer anderen Perspektive. Der Bootsausflug geht anschließend weiter rund um Savolina. Unsere weitere Planung für den restlichen Tag bzw. Abend sieht den Nationalpark Sikalati mit seiner gut zu beobachtenden Vogelwelt vor. Und? Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020